Musik Es ist eine besondere Freude, dass dieser Masterclass heute hier stattfinden kann, bei uns im Goethe-Institut. Ich glaube, es war aber auch nur, weil es irgendwo anders so schnell noch einen Raum gab, aber es passiert jetzt. Wir freuen uns sehr. Es ist wunderbar, es ist für uns etwas ganz Besonderes natürlich. An dem Montagmorgen die beiden Musiker hier bei uns im Haus zu haben, natürlich zusammen mit dem GERWY Festival und Henriette Straub. Also ich freue mich sehr. Es ist eine öffentliche Masterclass und ich bin gespannt. Let's play old man and young man. Musik 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 Okay, das ist gut. Und auf der Oberfläche. Nein, nein. Das letzte Chord. Das erste Chord, das muss eine große Überraschung für sie. Sie sehen, das ist genau das. Das ist sehr, sehr laut. Das ist sehr laut. Sorry. So viel besser. Ja, das ist nicht so. Ja. Ja, genau. Er spricht mit uns. Ein wunderbarer Bass-Plater. Ein wunderbarer Bass-Plater. Ja, das ist Ihr Christmas. Eine Sache, die man nicht vergessen sollte, wenn man solche Sachen macht, besonders mit dem Doppelbass. Apart von einem Musiker, man ist auch ein Magisch. Und ein Magisch macht einfach Dinge, als ob es die höchste, schwierige Dinge ist. Und schwierige Dinge. Und er macht einfach Dinge, und er macht einfach schwierige Dinge, als ob es nichts ist. Wie hat es Ihr Erfahrung mit ihm erlebt? Mit Musikern hat man immer genug zu sprechen. Selbst mit dir selbst. Wenn du diese Biestes von Bach spielst, und du ihn für 60 Jahre spielst. Und die Veränderung. Weil du selbst veränderst. Und er ist ein guter Mann. Er ist ein sehr guter Mann. Ja, 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 ja. Wir haben vieles von ihm gesprochen. Very schön. Du stehst hier und ich gehe nach draußen. Oh ja, er geht zum Präkken. Du kennst dieses Master schon lange Zeit? Ich habe zwei Überschreiten gemacht. Und das hat mein Leben schon verändert. Und das hat mich auch sehr inspiriert, um diese Musik zu spielen, weil es die beste Musik, die ich weiß. Und es hat keinen Wert für das. Man kann es nicht bezahlen. Der Wert ist nicht mehr. Es hat keinen Wert für das. Es ist nicht bezahlen. Wielforsitz. 50. 60. 60. 60. 81. 62. 80. 81. 82. 83. 86. 85. 81. 80. 85. 83. 85. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Es ist ein schönes Italiener Instrument von 1750 Jahren, von Carlo Ferdinandl und Dolphi. Ich spiele ein Viennese Bow, von dem Zeitpunkt. Ich versuche es mit unseren modernen Instrumenten, gut für unsere Konzert Hallen, aber ich versuche es wie sie damals gemacht haben, mit dem gleichen Sprit und den gleichen Instrumenten. Sie sind von dem Zeitpunkt, von dem Zeitpunkt. Manuscripten, also keine Editions, nur die Gedanken der eigenen Komponenten. Das macht mich glücklich. der Leib und der Leib und der Leib. Ich versuche es mit unseren Komponenten. Ich versuche es mit unseren Komponenten. Das macht mich glücklich. Untertitelung des ZDF, 2020